So geht mit dem Sony im Frühjahr weiter Magnet mit Polkernbohren, so wie ich es gesehen hatte Ich kann es auch noch mal in der Beschreibung kommentieren oder in den Kommentaren Also schwingst du Bruder ist auch vernünftig Dann machen wir mal hier ein bisschen auf ... Das ist ein bisschen mehr, aber Joa, das ist nicht so schlimm, ja.